ARD Text im Auftrag von Funk Äh, soo Dann gehen wir jetzt die Ruhe runter Muss ich nur das eine Viech kriegen? Ich glaub schon, ne? Ah, ist ja doof Gegen der Flugrichtung Dankeschön, Max! Okay So Ach, da war ich auch grad drin Guten Morgen, Dave Ja, mittlerweile 22.25 Uhr Ja Ähm Oh Ich hab ne Befürchtung Fliege zum Ei-Versteck Was soll ich denn, wieso das Ei-Versteck ist? Ach Ei-Versteck Hallo Ah, Moment, Moment Genau Ich brauch ja noch einen Schlüssel auch noch und alles Das Ei-Versteck Ich hab doch keine Ahnung, wo das Ei-Versteck ist Vielleicht Vielleicht da hinten irgendwo Ja, haha, geil Ähm, hallo Grace Gnade für mich Gnade für mich, bitte Gut Was ich jetzt richtig Töfte fände, wenn jetzt hier irgendwo der Schlüssel ist Darum ist er, geil Haha Oh, ey Der Himmel Der Himmel Ah, ich hab erst gedacht Dass ich an diese Lampen ran muss Oder so Dass ich die alle erwischen muss, aber anscheinend nicht Das ist ja schön So, wie komm ich jetzt hier oben drauf Muss ich wahrscheinlich nochmal hinfliegen, ne? Das kriegen wir hin Das sollte jetzt nicht das Problem sein Das ist jetzt nicht so das, woran es scheitern soll Oh, dahin kommen genau Oh, oh Westminster Unter Unter iv das waren nicht alle rechts da hinten schauen wir mal nur Sparks daran da hatte ich hier nicht alle gekillt? doch eigentlich schon bin ich mir relativ sicher Ups nochmal hoch so da drüben ok hm 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 Dann verstehe ich jetzt nicht. Habe ich hier nicht alle gekillt? Hm. Jetzt bin ich gerade etwas, äh... Sprachlos und ratlos. Hm. Was ist das doch mit den Lampen? Das wäre aber echt blöd. Das wäre echt fies, ehrlich gesagt. Nochmal weiter zurück. Gibt es hier noch irgendwas? Ne? Hm. Hm. Hä? Das war ganz ehrlich. Woh. Woh. Hm. Boah ich hätte dich doch auch gekillt. Ich glaube das gleich fast dass das die sind ehrlich gesagt. Das wäre aber echt doof. Das wäre echt doof. Oder gibt es irgendeine zerbrichliche Wand vielleicht? Ich flicke jetzt hier mal zurück. Aber hier habe ich doch alles eingesammelt. Wow wir haben ja zwei Leben. Cool. Geht jetzt nochmal hier unten. Kann doch wohl nicht sein. Hä? Hä? Das sind doch die Dinger. Was anderes ist hier doch nicht mehr. Ich versuche das jetzt. Das wäre echt fies. Das wäre richtig fies. Wollen wir jetzt etwas auf das ich jetzt auch nicht so Lust habe. Mal schauen wir mal. So wo haben wir denn diese Lampen? Da ist einer. Ne. Hä? Och Leute. Da hinten drauf vielleicht. Hier drauf vielleicht. Ah. Toll. Ganz toll. Super versteckt Spiel. Richtig gut. Ja. Ja. Okay. Was fehlt denn hier jetzt eigentlich noch an Welten? Mal ab. Da oben die haben wir. Was war das hier? Das war er. Den haben wir auch. Fehlt jetzt überhaupt noch irgendwas an der Welt? Mal überlegen. Die hatten wir. Die hatten wir auch. Die hatten wir auch. Die hatten wir noch nicht. Die Dino Minen. Okay. Da gab es glaube ich ein. Gibt es glaube ich zwei. Welches. Ich glaube zwei. Soll das heißen. Was ich hier stehen habe in der Liste. Keine Ahnung. Die Dino Minen 2. Hm. Lucky Luke. Nur halt ohne Lucky Luke. Und vielleicht auch ohne Luck. Okay. Cool. Das dürfte Alex glaube ich sehr gefallen. Das Level. Cool. Das ist total hier. Das ist total hier. Wälder Westen. Lucky Luke. Bläh. Kriegt die nicht kaputt. Die Fässer. Schau. Auf allem der hat sogar glaube ich das Halstuch. Was Lucky Luke hat oder? Kann das sein? Das rote Halstuch? Der hat doch so eins oder? Weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich kam her und nach meinem Gefangenen zu sehen und musste feststellen, dass er irgendwie entkommen ist. Als ich danach Spuren suchen wollte, kam so ein frecher Dinosaurier und hat mich hier eingeschlossen. Jetzt toben die da draußen rum, machen nichts als Ärger und ich kann nichts dagegen tun. Außer mit dem Auge zwinkern. Das ist geil. Das ist richtig cool hier gerade. Moment. Die brüchige Wand ist hier normal. Ach das ist ja richtig cool hier mal gerade. Ach schön. Ich genieße es. Wow. Irgendwas mit den Gebäuden vielleicht hier, dass man irgendwo rein kann oder so könnte ich mir vorstellen als Könnerpunkt. Aber gleich zwei Stück. Das wäre natürlich fies. Oh mit den Kakteen? Was? Ah. Das sind aber nur normale Lieferanten für Edelsteine. Das ist aber auch fies, wenn einer sucht und sucht und sucht. Wo sind die letzten Fehler in den Edelsteinen? Dann sitzt einfach dieser blöden Kakteen. Das kann auch ganz schön fies sein. So. Hinter dem einen Fass war noch ein Edelstein. Das habe ich wohl gesehen. Aber ich weiß nicht wie ich da hinkomme. Zumindest noch nicht. Ja natürlich. Gut. Das hat Lucky Luke jetzt nicht gemacht im Original. Not that I know of. So. Ja natürlich. 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 Wie komme ich denn? Wie komme ich denn? Wie komme ich denn? Wie komme ich denn hier hinten irgendwie? Ne. Das ist doch blöd. Dahinter ist ein Edelstein. Wie kommt man da hin? Scheiße. Kann man die? Ne. Schade. Hm. Ja. Ja. Blöder. Arsch. Das war knapp. Du Blödsack! Hallo! Ey! Darf ich den nicht töten? Was ist das denn für eine Scheiße? Wenn ich jetzt game over game mache ich Schluss für heute. Dann ist es glaube ich besser so. Ich darf doch, ich darf einen Ram einfach nur, ok. Toll. War hier mal was mit? Hier war auf jeden Fall Leben. Du heiliger, du. Ok. Ich gucke die ganze Zeit in auffälligen Stellen hier, aber ich habe noch nichts gefunden. Schade. Schade. Hm. Ok. 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 Die kriege ich denn die Kisten kaputt? Ich habe keine Ahnung. Oder muss ich die nicht kaputt machen? Ich glaube die schweben einfach nur. Aber interessant hier so einen Wasserbereich einzubauen. Ist jetzt nicht so offensichtlich ehrlich gesagt, dass man das machen könnte. Das war das geheim Ding. Ihr könnt eigentlich gar nicht unter Wasser schießen. Das ist voll unfair. Gut, ich kann hier zwischendurch vielleicht mal hoch oder? Vielleicht ist da irgendwas Geheimnis. Sieht nicht so aus. Oder? Moment. Nee. Hm. Shit. Ja, ja, ja. Kann das vielleicht irgendwie. Nee, sieht so exponiert aus. Nee. 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 Danke dafür, du Penner. Jetzt habe ich nämlich keinen Sparks mehr. Geil. In anderen Leveln wäre das ein Könnerpunkt gewesen, aber hier anscheinend nicht. Okay. Du Kack-Dinopenner. Hör, warum ist denn der tot jetzt? Hab ich den doch erwischt gehabt? Spannend. Okay. Okay. Schau mal, was wir hier haben. Einer der Dinosaurier hat ein Ei in diesen überfluteten Minenschacht geworfen. Ich würde es für dich holen, aber ich bin kein guter Schwimmer. Oh, Jäger. Fuck up da. Hä? Okay. Ich verliere kein Leben. Ich darf noch nicht mehr gegen die Holzbretter kommen. Wie doof ist das denn? Warum darf man da nicht gegen Holzbretter kommen? Das ergibt keinen Sinn. Okay. 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 Jetzt ist er. Oh, ja. Jetzt ist er. Oh, ja. Jetzt ist er. Oh, ja. Da hinten. Noch eine Kiste. Zehn Kisten. Noch mehr hätten. Sie hätten auch noch hingepasst. Ich glaube es nicht, ey. Ja, 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 ja. Auch natürlich wieder eine Idee, dass das zweite Mal ist, dass wir so eine Art Level haben. Das erste Mal war ein Muschelstrand mit dem super, super, duper Hochgeschwindigkeitstunnel. Ach, ich bin gegen ein Holz geschwommen, deswegen kann ich nicht weitermachen. Schwachsinn. Bei TNT-Kisten kann ich es ja verstehen, aber doch nicht bei so einem Ding Holz. Ich schwieg halt einfach weiter. Ja, 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 ja. Oh, ja, zu früh. Ja, ja, war ich zu früh dran. So, 64 Edelsteine. Ich frag mich, wie viel wir jetzt hätten. Wenn wir denn noch nie, wenn wir nie irgendwie was für, äh, Geldsack hätten kaufen müssen. Oder von, oder von, oder von, Geldsack. Okay. Hm, das ist doch jetzt nicht wahr, ne? Äh, ich hab aber auch ein Talent dafür, kurz vorm Ende mal zu scheitern. Das war jetzt nicht das erste Mal in diesem Let's Play. Ja, ja, ja. Ich meine, das ist aber eine durchaus annehmbare Länge von so einem Bereich. Also es ist nicht zu kurz, es ist nicht zu lang, finde ich. Das haben sie echt gut gemacht. Hoppala. Oh, das war mehr als knapp. Die hat er, glaub ich, mit seiner Kniescheibe noch gestriffen. Gestreift. Na, bitte. Gut geschwommen, junger Drache. Dankeschön. Das alles für Elliot. Da noch um, denk. So, ich muss da jetzt aber nicht nochmal, ne? Gut. Hm. Okay. Und wo geht's jetzt hier weiter? Viel mehr kommt doch hier gar nicht mehr. Doch, da. Ich kann sagen, das sah doch sehr auffällig aus hier. Nicht zu fassen. So entkommen also dauernd meine Gefangenen. Hier, nimm dieses Dinosaurier-Ei, bevor es ausschlüpft und noch mehr Ärger macht. Achso, das wird aber ein Schwächling aus der Brut sein. Kiki, Riki. Da brach mir doch einer einen Storch. Das ist der süßeste Dinosaurier, den ich je gesehen habe. Ja. Ja. Ich hab gerade überlegt, ob man... Ach, komm ich aber auch nicht drauf. Mist, verdammter. Wie geht das denn? Kann ich da irgendwie herglitschen? Ah, es würde gehen, es würde gehen. Eventuell. Na gut, wenn der jetzt nicht Game Over wäre. Ah, das könnte klappen da hinten her. Ja, ja, ja. Könnte eng sein oder könnte klappen? Ja, ist doch gut jetzt, meine Güte. Ich weiß, dass es der Game Over-Wildschirm ist. Spiel. Einmal kurz gucken. Mitternachtsberg. Ei zu verkaufen. Ja, wo ist das denn überhaupt? Das frage ich mich. Crystalinseln haben wir fertig. Willse Nuin haben wir fertig. Spuken in den Gruff haben wir fertig. Dino-Minen, genau. Feuergefecht am Jurassic-Coral. Aha. Da muss ich ja irgendwas Fulminantes vergessen haben. Krass. Hm. Hm. Da frage ich mich jetzt aber echt gerade. Hör mal. Kann man es schaffen, da hinten rumzukommen? Ja, ja. Das versuche ich jetzt auch mal. Hä, warum ist der jetzt nicht mehr da? Geil. Warum sind denn ein paar Dinosaurier nicht mehr da? Boah, da muss ich noch enger rumfliegen. Krass. Es geht. Das ist möglich. Glaube ich. Ich weiß nicht, warum ich den immer töte. Ich habe einfach Bock. Oh. Nee. Das ist... Nee, nee. Was ist, wenn ich von hier... So ist, glaube ich, viel einfacher. Ja, ja. Ach, toll. Ja, es ist richtig einfach, wenn man an der Kante festhinkt. Blöde... Blödheit. Blödheit. So. Hm. Geht doch. Damn. Danke. So. Ja, ist toll, aber... Ach man, ich habe doch noch diesen Einflug gemacht, dass ich mich dann noch am Ende... Ach man. Nee, ich nehme das jetzt nicht, sagt das Spiel. Ich höre jetzt auch auf. Ist, glaube ich, besser für heute. Bin schon relativ K.O. Merke ich. Hm. Keine Ahnung, was man dort für einen Könnerpunkt machen kann. Ich gucke das mal zunächst mal nach. Und dann schauen wir nochmal. Danke fürs Zusehen. Das war es für heute mit Spyro 3. Year of the Dragon. Session Nummer 9 war das, glaube ich, jetzt genau. Ja. Dann könnte es gut sein, dass in der nächsten Session Schluss ist. Mit lustig. Leider. Hm. Kann ja mal ganz bis nach hinten blättern. Moment, was hat man da? Genauso was mit dem Ei. Gefagter Sprung. Ja, ja. Ja. Hm. Gute Frage. Was ist, wenn ich so über den Atlas reingehe? Komme ich dann am Anfang... Ah. 93% haben wir. Was haben wir denn bei Abendsee noch nicht? Hä? Moment, das will ich so wissen. Frostaltar. Fehlt ein... Ei. Och nö. Was war denn da? Was ist denn bei Frost... Wo fehlt denn bei Frostaltar noch ein Ei? Bei Verlorenenflotte fehlen Edelsteine. Da fehlen auch noch 175 Edelsteine und zwei Eier bei Feuerwerkfabrik. Da konnte ich, glaube ich, irgendwas noch nicht machen. Kann das sein? Ich wusste es nicht mehr. Dinomin, Hafenrennstrecke. Höhle, Zauberin, gibt's ein Ei. Ich meine, viel fehlt nicht mehr. Die Hafenrennstrecke. Also ich denke mal ein, maximal zwei Sessions noch. Schätze ich doch mal. Jedenfalls, das soll es für heute sein. Und dann nochmal, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Dave. Höhle, Zauberin. Höhle, Zauberin.